Musik Das sind ja alles Mythen, das sind ja alles Geschichten eigentlich, wenn man sagt, in Tirol ist Wohnen deshalb so teuer oder der Grund deshalb so teuer, weil wir wahnsinnig wenig zur Verfügung haben. Wenn nur 7,4 Prozent von denen, was man zur Verfügung hat, von denen, wo man tatsächlich Wohnen hinstellen kann und verbaut hat, dann denke ich, kann man ruhig aus und sagen, das ist ein Mythos und das stimmt nicht. 1.700 Euro Mindesteinkommen heißt im Prinzip, jemand kriegt 10 Euro die Stunde und wenn ich es jetzt noch umrechne, also wir reden ja von Brutto, sind 7,57 Euro. Die 7,57 muss man jetzt nicht unbedingt merken, aber das Entscheidende ist, wir haben also nach wie vor Bereiche, die unter 1.700 Euro Brutto verdienen. Da gibt es dann Automaten, das ist so wie ein Computerautomat, der tut dann alle jeweiligen Indikatoren minutenweise ausrechnen und sagt dann in Österreich, was nicht reden kann dann nicht der Computer, aber dann der politische Vertreter in den Zeitungen, ab 1.1.2040 gilt das Antrittsalter 70. Kann passieren. Musik 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 Vielen Dank.